Willkommen zurück zu TopRider 5. Ja, in den neuen Abschnitt sind wir das letzte Mal gelandet. Lara in einem neuen Outfit. Ich frage mich gerade... Moment mal, wie kann ich denn... Äh, nee. Man konnte doch irgendwie... Warte mal, so habe ich Nahkamera, aber ich kann... Na, ist ja auch egal. Ich wollte sie eigentlich mal umdrehen, dass wir sie von vorne sehen, aber scheint irgendwie... Na, ist ja auch egal. So, dann würde ich sagen... Habe ich die Waffe noch? Und gleich mal ein Radchen erschießen. Schauen wir uns hier mal um, wollte ich sagen. Okay. Da geht es... Hier liegt schon mal ein Schokoriegel, glaube ich, ja. Ja, ist lecker. Ist ja auch Kanalisation, ne? Wo geht es hier hin? Oh, da haben wir Medipack. Das krallen wir uns auch mal gleich. Ah, hier können wir nichts machen. Ja, wäre ja auch zu einfach, hier wieder schnell rauszukommen, irgendwie, ne? So, was liegt denn hier unten auf der Erde? Ach, das ist nur eine leere Büchse. So, dann müssen wir wohl hier rein, ist nass. Um uns hier mal ein bisschen umzuschauen. Oh, da ist noch eine Ratte. Ich weiß nicht, ob ich die jetzt alle abballere, aber... Wir wissen ja, die macht uns schaden. Hier kann ich runter. Aha. Da unten ist Wasser. Okay, merken wir uns mal. Schauen wir mal, was da vorne ist. Oh, das scheint hier... Okay. Oh, da ist wieder eine Ratte. Ach, der Schuss ging da neben. Der hat gesessen. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich die jetzt alle hier abschießen soll. Dann sollte ich vielleicht immer noch sparsamer sein. So, hier hinten. Was haben wir denn da? Das ist aber nicht das, wo ich jetzt runterrutschen hätte können, ne? Ne, ne, ne. Da war ja Wasser unten. Und hier ist nichts. Okay, dann können wir hier noch lang. Können wir auch hochgehen. Ich denke mal, den Ventilator, den müssen wir erst anhalten, bevor wir... Da fehlt ja ein, so ein Blatt. Ja. Da ist eine Büchse, die können wir wahrscheinlich auch nicht aufheben. So, hier können wir auch noch nichts machen. Machen wir weiter. Ähm. Da haben wir... Da haben wir... Ui. Okay, hier kann ich auch runter. Hier haben wir irgendeine Apparatur. Okay. Ich kann hier aber nichts machen. Oder so. Da drüben... Hätte ich ein Rohr zum hochklettern. Okay, da kann ich hochklettern. Das heißt, es ist ja nur noch hier mal gucken. Hier ist eine Tür offen. Wo geht's hier lang? Da vorne liegt schon mal was. Munition. Naja, haben wir ja wenigstens nicht... Oh, 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 oh. Ratte. So, die werden wir mal da abknallen. Äh, kann ich nicht. Weil die bugt in der Kante drin. Jetzt aber. Ja, hier auf engen Raum ist es nicht so gut. So, hier können wir runter. Hier haben wir was zum Drehen. Keine Chance. Ich muss erst stärker werden. Ah, sie muss stärker werden. Okay. Okay, was ist hier unten? Oh, hier gibt's leichte... Flacker-Bilder. Oder ist hier Wasser unten? Okay, hier ist Wasser unten, deswegen. Aha. So. Guck mal, ich spiegle meinen Kopf. Ich hab zwei Köpfe jetzt. So, können wir hier irgendwo... Irgendwas machen hier unter Wasser. Hier ist nichts. Hier können wir langschwimmen. Okay, hier können wir hoch. Ach, das ist hier... Ich dachte hier, dass man hier runterrutscht. Okay. Hier können wir wieder... Na, da können wir sowieso noch nichts machen. Dann bleibt jetzt nur noch eine Option... Ähm... Da das Rohr hochklettern, ne? Das ist die einzige Option. Und hier kann ich doch laufen, ne? Ja, das wollen wir doch hoffen. Gehen wir mal hier hoch. So, hier rum. Und hier hoch. Okay, haben wir aber noch keine Stärke gekriegt. Gucken wir mal, wo wir hier hinkommen. Okay, hier können wir in der Mitte rüber. Hier ist ein Schalter. Ach, für den Ventilator. Und hält das an genau unten? Natürlich nicht. Ich denke mal, das müssen wir mit der Hand machen. Den Rest... Kann man ja, wenn er sich nicht mehr dreht. So, und hier drüben. Das ist aber eine komische Ansicht. Okay, hier haben wir noch ein Rad. Ähm... Könnte ich hier eventuell... ...gleich runter. Okay, ein bisschen Schaden haben wir gekriegt. Aber das ist kaum der Rede wert. So, dann würde ich sagen... ...dahin, ne? Wo das, ähm... ...Dings war. So, dann hatten wir oben ja noch ein Rad. Und ich glaube, da in dem Gang, wo die... ...ich bin stark genug, um die Räder zu drehen. Jetzt haben wir hier... ...ich bin stark genug, um die Räder zu drehen. Okay, haben wir jetzt zweimal, äh, Stärke gekriegt? Oder... ...nur, weil sie das nochmal gesagt hat? So, hier können wir jetzt durchkriechen. Natürlich wieder... ...Schrot finden, Munition, wenn ich das richtig sehe. Ja. So. Ah ja, hier haben wir ein Rad... ...zum drehen. Ist hier Gas drinnen oder so? Hier ist so leichter Nebel. Aber ich muss sagen... ...äh, wieder jetzt von der Grafik her... ...sehr schön, auch detailreich. ...gefällt mir. Ach, jetzt geht hier ein Licht an. Okay, das heißt... ...wir müssen entweder noch... ...zwei andere finden. Oder... ...ja, hier ist so eine... ...die können wir nicht öffnen, ne? Ne. Ist wahrscheinlich ein Notausgang oder so. So, wie komme ich denn jetzt? Kann ich hier einfach so hochklettern? Ja. Dann können wir schon wieder zurück. Ah, ich will immer LT drücken... ...zum hin, weil das... ...bei Top Rider 5 ja noch so war. Aber... ...hier muss ich A gedrückt halten... ...damit sie in der... ...in der Hocke... ...also in die Knie geht. Krabbelmodus. So. ...ähm... ...wir sind ja jetzt stark genug. Ähm... ...könnten wir eigentlich... ...bevor wir da hochgehen... ...nochmal hier rüber gehen. ...nochmal dahinter... ...und das Rad auch anmachen. So, da unten war ja nur Wasser, ne? Äh, da könnten wir aber trotzdem auch nochmal gucken gehen... ...aber nicht jetzt. Ich gehe erstmal da überall hin... ...wo ich weiß, wo so eine Drehräder sind. Ah, jetzt ist es da an. Ich denke mal, wenn wir das oben noch machen... ...dann müssten ja alle drei an sein eigentlich. Dann müsste ja irgendwas passieren. So. Na, ich hoffe nicht, dass es noch öfter so eine... ...wie, ähm... ...letzten Part da mit der Explosion... ...mit der Zeitgeschichte da... ...da ist... ...ist echt nicht mein Ding. Also... ...und Ausdauer haben wir jetzt schon richtig. Guckt mal, wie... ...wie langsam das runtergeht. Wenn man mal überlegt am Anfang... ...wie schnell das, äh, runterging. So. Da mussten wir jetzt hier gleich rüber gehen, ne? Ja. Mit der komischen Ansicht wieder. Okay. Ah, dass ich mir da auch getraue, rüber zu rennen. So, das ist die drei. Ach. Jetzt. Äh, was ist jetzt hier? Okay, jetzt. Äh. Was heißt denn das jetzt? Dass ich da ins Loch springen kann, oder was? Ich mach mal hier... ...ein Safe. Ich bin mir da jetzt nicht sicher. Ach, oder hat das hier irgendwas mit dem Kran zu tun? Moment mal. Moment mal. Ich glaube nicht, dass ich da einfach runterspringen kann. Ich bin mir da nicht. Äh, äh... ... ...könst ruhig hier, äh, jetzt... Ah, okay. Hier kann man aber auch nicht, äh... Schneller runterkommen. Nein, Clara, jeden Schritt weg da. Ah, jetzt können wir sie mal von vorne sehen. Ja, die haben sogar dabei geachtet, seht ihr das? Ihre Brust bewegt sich auch. Tatsächlich, aber na gut, das ist ja jetzt nebensächlich, aber ein schönes Detail, muss ich sagen. So, kann ich denn jetzt hier irgendwas machen? Jetzt fehlen noch drei. Ey, Moment mal, hier ist jetzt komplett Wasser drin. Das heißt, wir können jetzt hier runterschwimmen. Aha, hier ist ein Gitter. Da ist auch ein Gitter. Ah, nee, hier geht's nach oben. Halt. Ähm. Achso, ja, okay. Ist das der Raum? Ähm, Moment mal, waren wir hier nicht auch schon mal? Da können wir hochklettern. Ja, der Teil entwickelt sich jetzt eigentlich doch ziemlich interessant. Ich dachte ja beim ersten, äh, ne. Ja, dieses... Da kann ich raufklettern. Äh, wo? Äh, ach, das Seil hier. Um da rüber zu kommen. Ah. Darüber zu kommen. Und dann da hoch. Okay. Ich wollte aber mal gucken, was hier am Ende ist. Da ist doch auch irgendwas hier. Kann ich aber nichts machen. Okay. Okay. Anscheinend soll man da gleich raufklettern. Ähm. Ja, Lara. Okay. Geh mal rüber. Man könnte hier in der Mitte aber noch. Äh, nee, geh mal zurück. Geh mal, geh doch mal zurück. Ey, was machst du? Ja, 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 oh, Gott sei Dank. Nicht, dass sie jetzt wieder sagt, sie hat keine Kraft. Komm, die Räder konnten wir so schon sehen. Aha. Jetzt ist das an. Äh, ja, jetzt müssten wir eigentlich höher, ne? Äh, halt. So. Und hier weiter. So, und hier rauf. Uiuiui. Ah, komm, das packst du. Super. Super. So, gucken wir uns hier mal um. Ah. Kann ich doch bestimmt durchkriechen, ne? Na, das sieht mir nicht so gesund aus hier. Ach, hier kommen wir wieder, wo wir hochgeguckt haben. Wisst ihr noch? Also hier würden wir zurückkommen. Okay, gut zu wissen. Und das Gitter sieht jetzt mal ganz anders aus. Da drüben ist eine Tür. Ähm, komm ich da? Ach, da ist das, da ist auch noch eins. Ja, den Sprung schaffe ich. Ja, logisch, weil ich ihn mache. So, dann fehlt ja eigentlich nur noch ein einziges. Aber wo sollte das jetzt sein? Ach, ich glaube, ich weiß wie. Nein! Äh. Ich habe nicht gespeichert. Verdammt. Ich will jetzt aber nicht alles nochmal machen müssen. Oh, 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 oh. Du stehst zu nah am Rand. Sip. So, jetzt komm, du schaffst es einen Einzug darüber. Wir haben genug Ausdauer. So. Vielleicht sollten wir mal ein bisschen Heilung nehmen. Wir haben ja genug davon. Ähm. 20 Prozent. Hier haben wir auch 2,40. Nehmen wir mal eine 40er. Und eine 20er. Und dann sind wir voll. Und machen hier mal ein Save. Wir müssen doch noch da eins weiter hören, ne? Ne. Da rüber, zu der Tür. So, und hier wollte ich nämlich... Moment. Äh, wie war das nochmal? Ähm. Äh, wie machte sie das jetzt nochmal? Hier, dass sie hier an der Kante lang gehen kann? Da musste man doch in Ducke gehen, wenn man jetzt um die Ecke gucken wollte. Äh. Ach so. Ja, du guckst um die Ecke. Aber ich will... Ich will, dass du... Ich will, dass du... Hm. Ach, Mädel. Macht sie das dann auch, wenn ich jetzt so... Wieder hier? Ne, so kommen wir nicht zusammen. Du sollst... Äh, Moment. Ich mach hier mal nochmal ein Save. Bei meinen Experimente hier falle ich bestimmt nochmal runter. Ach, sie könnte ja auch... Hm, bin ich dumm. Okay, geh aus dem Schleichmodus raus. So. Zack. Kann sie nicht da um die Ecke? Da ist doch eine Kante. Also bis dahin springen glaube ich nicht, dass sie es schafft, oder? Aber sie könnte doch hier... Hier am Rand sich lang schleichen. Ne, macht sie nicht. Ja, höchstens dann an der Wand. Aber da wollte ich ja nicht. Nicht an der Wand! Wieso kann sie nicht da rumgehen, irgendwie? Okay, wir müssen es probieren. Äh, mit Anlauf. Ich weiß nicht, ob sie das schafft. Weil das nicht gerade gerade ist. Wow! Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Wow. Gleich mal saven. Und hier können wir sogar rein. Halt! Hier lag irgendwas. Munition! So, ach, jetzt sind wir hier wieder. Moment, waren wir hier nicht schon? Äh. Ich kann auch nicht gucken. Da kann ich raufklettern. Ja, schön. Könnte ich mich mal umgucken? Ich weiß doch gar nicht, wo ich hin soll. Das ist das Problem. Ach, hier ist das Rad, das letzte. Okay, dann brauchte ich. Äh, wäre aber besser gewesen, wenn man sich umschauen hätte können. So weiß ich nicht, was auf die andere Seite noch liegt. Heißt das, dass die Tür ist jetzt da offen? Äh, das heißt... Ich muss, äh, blablabla... Blablabla... Ja, ich muss hier zurück. Aber nur bis zur Mitte. So. Äh, wieso ist denn hier Ruhr in Ruhr? Äh, das verstehe ich nicht. Ach, und das... Ne, ich wollte gerade sagen, das war es doch noch nicht. Äh... 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 Guck mal an, was für eine Drehung sie macht. Okay, ich wollte eigentlich, ähm... Hier mal gucken. Okay, ist da unten Wasser alles? Und... Ne, na gut, wir gehen... Wir gehen mal hier so rum. Ich mach nochmal ein Save. Hier riecht's nach Öl. Ich muss aufpassen. Ja, aufpassen. Auf jeden Fall konntest du schon mal hier runter gehen. Das ist ja schon mal was. Ah... Kann das sein, dass das vielleicht zusammenbricht hier? Da könnte ich auch hoch. Da hinten ist auch noch so ein Rad. Und was ist das da vorne? Hm... Ich geh, glaub ich, erstmal hier hoch kurz. Weswegen? Warte mal, wo komm ich da hin? Hier runter? Dahinter komplett. Und dann könnte ich ins Wasser, aber... Ich denk mal, dass... Das Wasser mit Öl getränkt ist. Okay, ins Wasser wär ja gut da durch die Röhre, ne? Jetzt will ich aber auch wissen, was da oben ist. Also gehen wir nochmal zurück. Oh, ich muss einen Schnitt machen. Aha, ist grad so spannend. Also... Für mich zumindest. So, geht sie hier hoch? Ja. Wir gehen erstmal hier oben gucken. Sieht ja auch alles irgendwie rostig aus, ne? So. Okay, kannst du hier was machen? Hier kann sie nichts machen. Okay, dann sind wir entweder hier noch zu früh. Oder... Man kann da allgemein nichts machen. Hallo. Achso. Nein! Was macht... Warum macht sie das bei mir immer? Okay, dann gehen wir mal da hinten gucken. Und das, wo ich jetzt drauf laufe, sieht nämlich auch nicht gerade besonders stabil aus. Ich glaub, hier bin ich richtig. Was sagt denn die Karte? Die Karte? Tauchen. Tauchen. Äh. Uiuiuiuiui. Ja, schön. Jetzt brennt da oben alles. Jetzt muss ich anscheinend... Ähm... Ich weiß doch gar nicht, wo lang. Auf jeden Fall woanders hin, ne? Uiuiuiui. Okay, hier kommen wir schon mal wieder raus. Vielleicht sind wir ja hier dann schon wieder da. Okay, hier sind wir auch. Das Problem ist... Tauchen, tauchen. Ja, ich muss ja hier gar nicht mehr her. Doch, ich muss da drüben in das, äh, ne? Was ich aufgesprengt habe. Das wird jetzt nicht so einfach. So könnte ich... Ich könnte hier runter, ne? Oh, Leute, ich muss den Schnitt machen. Okay, hier runter kann ich. Okay, und weil es hier so schön aussieht, mache ich hier jetzt genau einen Schnitt. Ähm... Und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Top Rider 6. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Tschau. Walker News meu subscribing. Tschau. Tschau. indo. Vielen Dank.